Sandstrahlervergleich.com, das Sandstrahler-Ratgeber-Portal Manchmal nimmt der Rost überhand und da hilft nur noch der Sandstrahler. Der Gartenzaun, das Rosengitter oder das Metallgerätehaus wird unansehnlich und der Rost muss beseitigt werden. Als erste Möglichkeit wird sicher eine Drahtbürste oder eine Flex in Betracht gezogen, doch damit werden die Arbeiten sehr anstrengend und auch nicht ordentlich. Deutlich besser und einfacher zu handhaben, ist ein Sandstrahlgerät. So wird das Entrosten von Metall zum Kinderspiel, ohne körperliche Anstrengung glänzt das Metall wieder wie neu. Was ist ein Sandstrahler eigentlich? Es handelt sich hierbei um ein Gerät, mit dem ein Strahlmittel mit hohem Druck auf die zu bearbeitende Oberfläche geblasen wird. Durch den hohen Druck können nun Rost, Farbe oder sonstige Verunreinigungen entfernt werden. Die Oberfläche wird dabei aufgeraut. Als Strahlmittel kommt meistens gewöhnlicher Sand zum Einsatz. Gewerblich werden natürlich sehr hochwertige Strahlmittel eingesetzt, etwa Glasgranulat, Kunststoffgranulat, Eiskristalle oder sogar Nussschalen. In Deutschland ist mittlerweile das Sandstrahlen mit Quarzsand verboten worden, hier aber wird zu viel Feinstaub erzeugt und Siliziumdioxid wird eingeatmet. Dadurch können schwere Lungenkrankheiten entstehen, Lungenfibrose oder Silikotuberkulose wurden beobachtet. Bei der Nutzung von Sandstrahlgeräten sollte immer Schutzkleidung und eine Atemmaske getragen werden. Diese Atemmasken werden beim Kauf bei manchen Modellen gleich mitgeliefert. Sandstrahler werden übrigens erst seit dem 20. Jahrhundert verwendet, aber heutzutage sind die Geräte natürlich deutlich besser. Welche Arten von Sandstrahlen gibt es? Normalerweise sind zwei verschiedene Arten der Sandstrahlgeräte auf dem Markt, es gibt mobile Geräte und natürlich auch feststehende Sandstrahler. Mittlerweile werden aber auch Sandstrahlpistolen angeboten, die über einen Ansaugschlauch das Strahlmittel gleich wieder aufsaugen. Mobile Sandstrahler Sie sind in erster Linie für den Einsatz am Auto oder am Motorrad gedacht, aber schon beim Aufbau können sich die verschiedenen Modelle unterscheiden. Einfache Modelle bestehen aus einem Kessel mit Deckel, der das Sandstrahlmittel aufnehmen kann. Unten ist eine Sandstrahlpistole mit einem Schlauch angebracht und ein Anschluss für den Kompressor ist selbstverständlich auch vorhanden. Hochwertige Modelle hingegen besitzen einen Druckkessel und einen Wasserabscheider. Damit wird am Kessel ein konstant bleibender Druck erzeugt. Man kann schneller arbeiten und muss nicht erst warten, bis sich genügend Druck aufgebaut hat. Durch den Wasserabscheider wird das Wasser aus dem Strahlmittel aufgenommen. Somit hält die Sandstrahlpistole deutlich länger. Vor- und Nachteile Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Es werden gute Ergebnisse erzielt und auch die Handhabung ist denkbar einfach. Außerdem ist dieser Sandstrahlgerät auch für größere Flächen geeignet. Nachteilig ist allerdings die hohe Staubbelastung und ein Kompressor ist notwendig. Sandstrahlkabinen Auch für den Hausgebrauch gibt es natürlich Sandstrahlkabinen. Hier ist die Arbeitsfläche in einen Kasten integriert. Unter dieser Kabine befindet sich ein Kasten, in dem das Sandstrahlmittel gefüllt werden kann. In dem Arbeitsbereich befinden sich bereits Arbeitshandschuhe und selbstverständlich eine Sandstrahlpistole mit Schlauch. Hierdurch wird eine sehr geringe Staubbelastung erreicht. Außerdem kann das Strahlmittel gesammelt und wiederverwendet werden. Allerdings sind Sandstrahlkabinen nur von sehr geringer Größe, es können also nur kleine oder mittelgroße Werkstücke bearbeitet werden. Natürlich können metallische Gegenstände sehr gut gereinigt werden, aber auch Glas kann man mit diesen Kabinen sehr gut sandstrahlen. Als Vorteil ist hier die Wiederverwendbarkeit des Strahlmittels zu nennen diese Kabinenpunkten auch mit einer sehr einfach Handhabung. Zum Nachteil gereicht den Kabinen allerdings die oft zu kleine Größe, es können also nur kleine Werkstücke bearbeitet werden. Außerdem braucht man einen Kompressor. Worauf ist beim Kauf zu achten? Es gibt verschiedene Hersteller der Sandstrahlgeräte, wobei natürlich immer ein Markengerät gekauft werden sollte. Sehr bekannte Hersteller sind Gläser, Nettermann, Logiblast, Radleruf, und so weiter. Vor dem Kauf sollten natürlich immer eine gute und ausführliche Beratung stattfinden, egal ob man im Fachhandel, im Baumarkt oder im Internet kauft. Vor Ort kann man natürlich die Sandstrahler von allen Seiten begutachten und schon vor dem Kauf etwaige Mängel und Konstruktionsfehler erkennen. In aller Regel kann der Sandstrahler aber nicht ausprobiert werden, hier muss man sich auf die Angaben des Herstellers verlassen. Das muss man auch beim Online-Kauf, aber hier können schon mal die Kundenmeinungen über das jeweilige Exemplar auf Schluss bringen. Der Arbeitsdruck Der Druck spielt bei einem Sandstrahlgerät die größte Rolle, denn je höher der Arbeitsdruck ist, umso besser ist auch das Ergebnis. Sandstrahlgeräte bieten einen Druck von 6 bis 8 Bar. Sind die Gegenstände nicht allzu sehr verrostet, sind 6 Bar völlig ausreichend. Hat sich der Rost jedoch sehr stark ausgebreitet und sind größere Flächen zu bearbeiten, empfiehlt sich ein Druck von mindestens 8 Bar. Die meisten Sandstrahlgeräte überzeugen aber mit höheren Werten. Der Luftbedarf Für den Luftbedarf ist der Kompressor zuständig, er muss also immer die richtige Leistung bringen. 400 bis 700 L Schrägstrich Min sollten jedoch nur bei größeren Flächen oder von Profis eingesetzt werden. Heimwerker kommen jedoch mit einem Kompressor mit einer Leistung von 150 bis 200 L Schrägstrich Min aus. Die Länge des Schlauchs Bei den Schlauchlängen gibt es erhebliche Unterschiede, von 0,5 bis zu 5 Metern ist alles drin. Natürlich darf der Schlauch ruhig kürzer sein, wenn der Sandstrahler in einer Sandstrahlkabine genutzt wird. Bei einem mobilen Sandstrahler sollte aber die Länge des Schlauchs durchaus berücksichtigt werden, 2 bis 3 Meter sind jedoch für fast alle Arbeiten ausreichend. Der Strahlgutbehälter Das Volumen des Behälter spielt nicht so die entscheidende Rolle, aber je größer der Tank ist, umso länger muss der Sandstrahler nicht nachgefüllt werden. Für den Hausgebrauch sind 15 Liter völlig ausreichend. Werden jedoch größere Flächen bearbeitet, sollten schon 30 Liter Fassungsvermögen vorhanden sein, sonst müssen zu oft Pausen durch das Nachfüllen gemacht werden. Die Preise Sandstrahler haben je nach Leistung und Ausstattung auch unterschiedliche Preise. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass ein Sandstrahler für Hobby und Freizeit schon recht günstig zu haben ist. Für kleinere Arbeiten im Garten, am Haus oder am Auto sind Sandstrahler bereits ab 25 Euro zu haben. Natürlich handelt es sich hier um kostengünstige Sandstrahlpistolen, die Preise sind jedoch ohne das Sandstrahlmittel und ohne die nötige Schutzausrüstung zu verstehen. Wenn die Arbeiten jedoch einen größeren Arbeitsaufwand bedeuten, sollte man sich für ein mobiles Sandstrahlgerät entscheiden, hier ist ein günstiger Sandstrahler ab 100 Euro zu bekommen. Gegebenenfalls wird auch eine Sandstrahlkabine benötigt, hier legen die Preise bei 130, 250 Euro. Nach oben hin hin sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Zubehör Zu jedem Sandstrahler wird natürlich Zubehör benötigt. Da wären zunächst natürlich die verschiedenen Strahlmittel zu nennen. Glasperlen, Schlacke oder Nussschalen, alles kann verwendet werden. Für Sandstrahler wird ein besonderer Sand benötigt. Hier ist auf die Körnungsgröße zu achten, denn die meisten Geräte arbeiten mit einer Körnung von 0,2 bis 1 mm. Natürlich sind auch Schläuche in jedem Sortiment, Atemschutzschläuche sind besonders zu empfehlen. Natürlich muss auch der Arbeitsschutz optimal gewährleistet sein, Atemschutz, Helme oder Overhalls aus Stahl sind sehr sinnvoll. Die Geschichte der Sandstrahler Es sollten wenigsten ein paar Worte zur Geschichte des Sandstrahlers verloren werden. Der erste Sandstrahler wurde bereits 1871 von Benjamin Z. Tilgmann erfunden. Er war Offizier am amerikanischen Bürgerkrieg und kam an einem Bauernhof vorbei und sah, dass alle Fensterscheiben matt waren und nicht durchsichtig wie sonst gewohnt. Die Bewohner berichteten ihm, dass der Wind Quarzsand auf die Scheiben brachte und sie mit der Zeit matt wurden. Sofort erkannte er die Sandstrahltechnik und brachte den ersten Sandstrahler auf den Markt. Natürlich haben sich die Geräte verändert, aber sie arbeiten bis heute nach dem gleichen Prinzip. Früher wurde ein Sandstrahler hauptsächlich von Künstlern benutzt, doch heute steht der Sandstrahler jedem zur Verfügung, der Haus und Garten auf Vordermann bringen möchte.